Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Am Tisch sitzen haben wir. Und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das denn in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen? Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück? Wie läuft's an der Schule? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017